Musik Vermutlich 86 Milliarden Nervenzellen gibt es im menschlichen Gehirn und jede hat im Schnitt 10.000 Verbindungen mit anderen Neuronen. Diese sogenannten Synapsen sind es, auf denen natürlich das Lernen, aber auch Wahrnehmung und Bewegung beruhen. Denn Synapsen verbinden Neurone. Die Verbindung allerdings ist ein trennender Spalt, den die Botschaft erst überwinden muss. Die Mehrzahl der Synapsen ist chemischer Natur und damit zwar langsam, dafür aber flexibel. Sie verwenden Botenstoffe, Transmitter, die vom Sender ausgeschüttet und vom Empfänger rezipiert werden. Die prä-synaptische Seite des Senders bildet das Endknöpfchen eines Axons. In diesem befinden sich synaptische Vesikel, kleine Bläschen mit tausenden Transmittermolekülen. Die Botschaft erreicht das Endknöpfchen elektrisch in Form eines Aktionspotenzials. Das initiiert die Freisetzung der Transmitter, die sich nun in den synaptischen Spalt ergießen. In der Membran der postsynaptischen Zelle, also des Empfängers, befinden sich Ionenkanäle, ganz ähnlich den Poren in der Haut. Geöffnet werden diese Kanäle durch Rezeptoren. An sie binden die Neurotransmitter des Senders wie ein Schlüssel im Schloss. Unterschiedliche Kanäle reagieren auf unterschiedliche Botenstoffe. Die Botschaft selbst kann hemmend oder erregend auf die Aktivität der postsynaptischen Zelle wirken. Entsprechend wird die weitere Kommunikation unterstützt oder auch unterdrückt. Synapsen lassen sich auf dem Dendriten, dem Zellkörper und sogar auf dem Axon der postsynaptischen Zelle finden, wobei der Kontakt bei erregenden Synapsen meist an den Dendriten stattfindet, bei hemmenden am Zellkörper. Ein Vorteil dieser chemischen Synapsen ist ihre Plastizität. Sie können sich den Anforderungen anpassen. Wird die Synapse beispielsweise häufig erregt, wird sie sensibler und ist damit künftig leichter erregbar. Wir nennen das Lernen. Keine navigativen. wir werden im Übrigen Jakko in die Organisation. Das ist immer awesome. Wir werden es den Lernen. Europe 1. Vielen Dank.